ja habe ich schon gesagt extra für thomas so jetzt fahren wir da hoch hier die beton also jetzt links hoch ja klar da ist der kollege auch gefahren machen wir ja gerade okay da bist du gleich dran wenn wir wieder zurück sind waren jetzt noch einmal hier hoch wieder runter und dann war für dich keine ahnung muss den kollegen fragen ja doch der macht schon guten eindruck kommt doch gerade keiner okay da im stand kannst du warten oder muss wasser fahren oder kommt einer gegenverkehr gegenverkehr verdammt das ist der kollege ist ja aber der will ja hoch die augen ist auch alles voll guck mal wenn er jetzt runter fällt aber die haben auch ganz schön weiche reifen ja die sind extrem weit damit wir auch schön packen jetzt einschlagen und einfach voll rumfahren und am ende musste vom tisch runterfallen ja klar dann haben die alles besser gerippt ja mal gucken wie du jetzt da runter fährst jetzt geht es gleich ab hier nicht bremsen jetzt musst du aber auch gleich hier über die jetzt links rum nehmt ein stück zurück ja schon da sind schon knorps aufgesetzt da gibt gas dann bist du drüben ja dann wird er davor aber auch schon durch geknallt ja da bist du mit schwung hochfahren mit schwung rutscht ein paar steinchen und versuchte mal rückwärts hochzufahren jetzt immer gleich wie du auch hast oder der kommt ja stimmt das ist mehr zum runterfahren hier daran liegt das hallo für die absperrung drei punkte abzug kann man so oft nicht gar nicht feststellen aber doch sieht man schon ja wenn du von der seite guckt sieht man das schon so ist vor dem kollegen hinterher mit dem da kämmer hat es geparkt